So, keine Ahnung. Labert mich hier einfach nur voll. So, du hast keine Aktivitäten. Aber hier. Aber will genauso wenig aufsteigen. So, äh, huch. Das wollte ich jetzt nicht. Ihr sollt im Grünbereich bleiben. Und kann jetzt mein, mein Sushi-Dingens hier mal anfangen. Ja, es produziert. Wie sieht's denn aus? Oh, 13 Stück haben wir auch schon wieder. Ist ja perfekt. Ja, das ist eine tolle Vorstellung. Das stelle ich mir auch immer gerne vor, wenn ich hier immer so rumhänge. Die Quark im Schaufenster. Dann stelle ich mir das immer sehr idyllisch vor. So, hier brauche ich jetzt eine Doppelstraße, weil ich kackmissbaue. So, noch ein paar Häuschen hier. Hier und hier und hier. Und da noch eins. Und hier natürlich. Und dort sowieso. Okay, 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 mach ruhig, was du nicht lassen kannst. Hoppala, die Straße wollte ich jetzt nicht bauen. So, hab ich hier irgendwie schon wieder. Hafenmauer, Plaza, Regenwassertränke, Geräteschuppen. Hm, kostet einfach nur 10. In der Monatsbilanz, aber naja. Was zuholt's. Was tut man nicht alles für die Bevölkerung? Ah, fässt man sich gerne mal in den Gapbeutel. Dass die Jungs mal wieder glücklich sind. Nicht, dass die hier's meutern anfangen. So, achso, nicht genügend Baumaterial. Ist ja cool. Ist ja mal ganz was Seltenes. So, meine Stadt floriert schon langsam. Floriert fast so stark wie Florenz. Aha, guter Witz. Na, jetzt komm. Mach dich Straße, Junge. So. Es sieht gut aus. Wie sieht's hier aus? Mit Tee und so. Oh, Reis haben wir eine ziemliche Überproduktion hier. Tee auch. So, wie. Achso, hier fehlen die... die nötigen Dinge. Äh, hast du jetzt hier abgeladen oder nicht? Das ist hier jetzt eine gute Frage, ja. Elf Stück, perfekt. So, er produziert auch schon wieder. Wird auch schon langsam gestillt, das Ganze. So, und ich baue mir jetzt mal eine Werft. Eine deutsche Werft. Registriere Energieknappheit. Ne, 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 ne. Da muss ich halt noch ein Windrad aufstellen. Oder, ja, gut, passt eh. Muss ich jetzt nicht hier zubomben. Wieso auch immer. Und ich wollte noch eine Straße hierher. Ja. Wo soll ich denn die lang bauen? Lade verfügbare Informationen zum Themenkomplex Schiffe. Ist ja gut, dass du mir Schiffe lädst. So, und wieso produziert ihr hier nicht mehr? Achso. Machst du mal Pause hier. So, und ich will mir das hier bauen. Kann ich aber momentan nicht. Habe hier eindeutig zu wenig Zeug. Und dann machen wir hier noch so ein Dingens. Dann produziere ich hier mal das Zeug schneller weg. So, und ich haue jetzt mal den Baustopp hier raus. So, steigt auf, Leute. Wenn ihr lustig seid. So, irgendwie haben die noch keinen. Ach, der ist gerade am zurückfahren. Ich habe hier eine totale Reisüberproduktion. Das sehe ich jetzt schon mit zwei Feldern. Mit zwei Stück wohlgemerkt. Das ist echt irgendwo krass. Er hat den hier besiedelt. Achso, das war ich. Haha. Wer hat den hier besiedelt? Was für eine blöde Frage. So. So. Dann mache ich hier noch eine Straße hin. Bei dieser schönen dramatischen Musik. Ich wollte ja noch ein so ein Dingens bauen. Ökologisch zu wohnen heißt ja nicht, dass wir in Baumhäusern schlafen. Ja, ist klar. Ist mir selbstverständlich so. Du produzierst immer noch auf 100%. Ich glaube, da müsste ich noch so eine Sushi-Fabrik herbauen. Dass ich hier mit den Bedürfnissen klarkomme. So. Meine Stadt wächst und gedeiht. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Zeit wird's. Die Communicator kann ich jetzt bauen. Ich brauche einen Sand-Extraktor, aber ich habe kein Flüsschen, wo ich den hinstellen könnte. Das ist ja doof. Was benötigt Rohstoffe? Ja. Ich hoffe, auf der Insel kann ich das Ding aufstellen. Ja, kann ich. Kann ich. Perfekt. So, dann baue ich mir halt ein Schiff. Braucht-Eco-Ingenieure, ist ja auch toll. Die braucht Munition, dann muss ich hier halt die Schaluppe hier bauen. Hilft ja nicht. So. Aber die Communicator, die kommen ja auch bald. So. Ich nehme in letzter Zeit ziemlich oft Anno auf, fällt mir gerade auf. Ich habe noch nie mal die letzte Aufnahme komplett weggerendert und dann mache ich hier schon wieder die Ding. Gut, mittlerweile habe ich sie weggerendert, weil sonst wäre ich jetzt noch nicht bei der Folge, aber... Hallo? Ja gut, ich will das Spiel endlich mal durchkriegen. Das wird mein Hauptdingens sein. Mein Hauptantrieb. So, jetzt mache ich hier noch ein paar Häuser. Ich drehe hier mal komplett am Rad. Mir reichen die Steuereinnahmen einfach noch nicht. Deswegen baue ich hier noch Häuser um, Max. So. Hier lang. Dann knebelt man hier noch lang. Dann kann ich hier noch ein paar Häuserchen bauen. Da gehe ich auch nicht mehr viel. Registriere neues Fahrzeug. So. Da ist mein Schifflein auch schon wieder fertig. Eigentlich könnte ich die ganze Communicator-Bauweise da unten ansiedeln, oder? Habe ich da unten auch Kupfer? Kupfer, Eisenerz, Kalkstein, Kupfererz. Jo, habe ich. Ähm, siedle ich die ganze Produktion da unten an. Dann muss ich nur die Communicator hochbringen. Wäre eigentlich von Vorteil. So, mein Schiff. Ich lade dich mal voll, Junge. Dann kommen noch ein paar Bauzellen hinzu. So, 40. Die Bauzelle nehme ich auch noch mit. So, da laufe ich auf ein Maximum. Wieso auch immer. Ist ja brutalst. So. Dann bringe ich das Zeug hier schon mal runter. Whatever. So. Muss ich mir hier rüber bauen. Was brauche ich denn dann alles? Oh, cool. Äh, Kupfermine, Sonnextraktor, Mikrochip-Scheiße. Und die Communicator-Verarbeitung. Dürfte alles im Bereich des Möglichen sein, damit es unseren Leuten gut geht. So, und die wollen jetzt ein Anrecht auf ihre Informationen. Für das habe ich aber gerade zu wenig Bauzellen hier. Spiel gespeichert. Spiel gespeichert. Äh, in dem Moment, wo ich bauen will. Genau. So, kann ich nicht, weil zu wenig Dingens und so. Zu wenig Holz. So, ich glaube, ich baue noch so einen holzverarbeitenden Betrieb. So, und so eine Baumschule wäre vielleicht auch noch mal nicht schlecht. Und zwar hier. So, dann gucke ich mal in meine Arche. Wie kann ich helfen? Ja, ist... Sie werden sehen, dass man den Energieverbrauch senken kann, ohne... Analyse der Zusammenhänge zwischen Massenmedien und Meinungsbildung abgeschlossen. Ah, cool. Daten ins Datenlob. So. Müsste ich auch nur erst mal die Möglichkeit kriegen, dass ich das Zeug baue. Ach, da unten. Wer bist denn du? Ja, cool. Dir traue ich aber nicht. So. Das Schiff ist natürlich schon unten. Jetzt haben wir natürlich wieder total verpennt hier. Ich zumindest. So. Jetzt brauche ich hier mal was Neues. So, jetzt verbrate ich eh hier schon wieder das ganze Zeug. So, jetzt habe ich mich hier rüber gebaut. Jetzt kann ich das ganze Communicator-Zeug nicht mehr bauen, oder? Brauche ich da ein Ding her. Dann kommt hier nicht die Kupfermine rein, weil es noch nicht funktioniert. Registriere Energieknappheit. Ja, ist klar, wenn ich hier rumballer wie ein Blöder, was hier die Energie knapp wird. So. Kupfererz. Chip-Industrie. Communicator. Danke. Ich habe alles bauen können. Das finde ich aber klasse.